Willkommen zurück bei einer weiteren Runde Agony mit Geist. Wir sind wieder zurück an dieser beschissene Scheißhöhle, wo ich mehr oder weniger meinen Verstand verloren habe. Also nicht ingame, sondern ich selber. Bin ein bisschen durchgedreht. Ich muss dann da rein. Ich brauche eine Chiffre. Die Chiffre ist die falsche Chiffre. Und ich nehme mal an, ich muss da hinten die Chiffre benutzen. Ich kann nicht einfach hier irgendwo einen nehmen. Ich bin jetzt hier runter gegangen, ich komme ja nicht mehr hoch. Aber ich komme hier runter. Okay. Ich weiß nicht, was das hier ist, aber... Okay. Das könnte man zerstören. Der Boden ist zerstörbar. Also scheinbar nur eine geheime Kammer und mehr nicht. Warte nicht auf deine Aktivierung. Was sind das für Geräusche? Hä? Ich habe einen rechten Arm. Okay, okay. Also hier irgendwo ist ein Raum, auf dem ich auch lang kann. Scheiße. Ach, das stimmt. Was zur Hölle ist das hier? Bin ich. Digga. Ja, reif mich an. Mach ruhig. Ich weiß mal hier zwischen. Richtig. Okay, okay. Was? Ja, gut, okay. Dich wollte ich jetzt nicht. Das sollte jetzt nicht so sein. Drücken wir mal alles, was hier in diesem scheiß Raum ist. Drücken wir mal alles. Was ist das? Hier ist wahrscheinlich irgendwas, was ich mit der Dickenese öffnen kann, oder? Dann würde ich meine Seele mal da hochschicken. Okay, keine gute Idee. Ey, wo zum Fick bin ich denn jetzt hier gelandet? Ey! Ich bin ein Fick. Ich habe nichts verletzt seit Jahren. Bitte, hilf mich! Ich kann es nicht mehr nehmen. Gib mir mein Blut! Gebt euch alle gegenseitig scheiß Pfeile. Wohin führen dich denn bitte diese Pfeile, hm? Hier hin, zu diesem Teil. Und was sagst du? Was sagst du? Du sagst auch dieses Ding hier. Ah, da ist, okay, da ist die Signia. Ich verstehe. Um dann hier rein zu gehen. Wenn ich da ultimativ lang muss. Okay, okay. Ist doch machbar. Ähm. Du sagst doch mal wieder hier lang, ne? Was? Was? Die töten mich? Seit wann? Seit wann? Seit wann kann mich dieser scheiß leichten Haufen killen, ey? Du sagst doch mal wieder an. Okay, ich scharfe. Ja, ich scharfe. Ja, ich scharfe. Du sagst doch mal wieder. Stand mir aus! Ziemlich! Du sagst doch mal wieder. Du sagst doch mal wieder. Du sagst doch eine Frage, Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Nichts? Den darf ich nicht übernehmen, na geil. Übernehmen wir dich. Den Teil fackt bitte. Oh, so what the fack. Okay, also ich kann in die Decke rein. Ich kapiere mal noch nicht, wie lange muss. Also angeblich ist ja da dieses X, das heißt aber ich muss dann von der Seite kommen, oder? Ah, aber die kann man nicht öffnen. Ich muss den mit Telekinese öffnen. Den trotzdem mal ne Fackel mit und versuch's mal hier. Ah, ich hab gar keinen Plan, wo sie bhen. Ich weiß, ich hab gar keinen Plan, wo sie bhen. Okay, also hier wird es geabfüllt. Interessant. Ja, also hier ist irgendwo noch ein endlos wandelnder. Ja, nee. Scheiß Leichenhaufen müssen wir nicht folgen. Frage ist nur... Okay. Okay, wenn das einfach nur ein anderer Eingang zu dem selben Ort ist, wird das ist hier alles nur Bonus. Oder? Der Himmler ist weg von einer Eingang zu werden. Der Himmler ist weg. Der Himmler ist weg. Der Himmler ist weg. Du kannst mich nicht angreifen, auf dich warte ich doch, Stück Scheiße, so, dich übernehme ich, und dann mache ich das ganze Eis hier überall herum kaputt, und dann gucken wir mal, wo mich das hinführt, alle. Soll ich das hinführen? Was ist das jetzt? Was ist das? So, und dich parke ich aber trotzdem hier. Ich weiß ja nie, wann man dich nicht gebrauchen kann, ne? Hier kann noch nicht sein, dass ich hier nicht demaskieren kann. Komm, 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 schnell. Schnell, 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 hinzu. Bist auch nicht demaskiert. Oh, Mann. Wenn ihr alle nicht demaskiert seid. Was dann? Ah, gut, okay, das habe ich jetzt nicht wirklich geholfen. Geholfen. Was zur Hölle ist das denn hier? Ah, geil, ein Oktopus. So. Das war also nicht der Weg. Ich bin da hier an dem Teil, an der Stelle, die Episode, weil es geht schon, der geht schon eine ziemliche Weile, fast eine halbe Stunde. Und dann gucke ich in der Zwischenzeit nach, wo diese Scheiße ist, wo ich weiter muss. Wie, wie, wie heißen die Chifre? Weil das ist ja das, was ich habe. Und das ist ja das, was nicht funktioniert. Ne? Funktioniert doch nicht, oder? Also, wo wir das Siegel herbekommen, gucke ich nach und dann starte ich die Auflösung in der nächsten Folge.